Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge durften wir wieder den Leuten hier in Rift helfen und dabei ist jemand auf uns zugestürmt und hat uns natürlich direkt eine weitere Quest gegeben. Und zwar befinden wir uns jetzt hier oben recht mittig in der Nähe vom Ferenimwald. So, und da sollten wir jetzt gleich auch auf jemanden treffen. Ah, da hinten steht er schon, der uns helfen kann oder dem wir helfen können. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass sie Hilfe braucht. Noch einmal, dass wir stopfen und irgendwo unterbringen müssen. Ich hoffe, ihr seid das auch wert. Oh, Mann. Ich nehme an, dass ihr keine Verstärkung dabei habt. Ich habe meinen treuen Gefährten Bastian dabei. Nein, ihr erwartet Verstärkung? Vor Stunden. Wir sind diesem Bastard Strahl in den Wernimwald gefolgt. Die Rake Mannen, sie sind nicht... Sie sind nicht das, was wir dachten. Der Wurmkult. Er ist hier. Der Kult? In Himmelsrand? Es wird noch schlimmer. Sie tun etwas. Mit den Rake Mannen. Ich muss nach weiteren Soldaten Ausschau halten, die hier durchkommen. Sprecht mit Dajahil und dem Centurio, wenn ihr uns etwas aushelfen wollt. Viel Glück. Ich werde Meldung erstatten. Ja, und ich kann mich, glaube ich, auch wieder an diese Quest erinnern. Die war ziemlich... Naja, ich will mal nichts vorwegnehmen. Da hinten ist aber auch noch eine... Eine Himmelsscherbe? Da können wir so hinreiten. Moment, dann würde ich sagen, dann holen wir die mal eben. Oh, Ahnenseite darf ich nicht stehen lassen. Tut mir leid, lieber Bär. Ich will dich nicht wach machen. Das ist auch gar nicht hier, wo man hinreiten kann. Äh, da. Die nehmen wir doch gerne mit, weil wir können natürlich die Punkte gebrauchen. Weil dieser Char ein weiterer Handwerker von mir ist. Und ich dann natürlich dementsprechend das Ganze auch ein bisschen ausgebaut haben möchte. Jut und Taff. Das wird eine beeindruckende Narbe. Held kommt vom Himmel geflogen. Willkommen im Wernimwald. Dunkle Wasser fließen in diesem Fluss. Wie ist die Lage? Folgendes wissen wir. Stral und seine Elitekrieger wurden zum Wald verfolgt. Als wir am Waldrand ankamen, sahen wir die Kapuzen und die Roben. Der Wurmkult ist hier. In der Tat. Wir haben eine gut zu verteidigende Stellung gefunden und sie aufgehalten. Bis jetzt. Wir haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Warum sind die Reckmannen hier? Wie haben sie sich vom Kult darin verstricken lassen? Habt ihr die Gefangenen verhört? Wir haben alles versucht. Sogar ein paar Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Ein verdeckter Agent namens Belron, der in Schattenfenn zu uns stieß, hat es auf zwei Möglichkeiten verknappt. Eine grausame und eine weniger grausame. Was ist die weniger grausame Möglichkeit? Diese verzierte Kugel wird die Erinnerungen der Kultisten sammeln. Wendet sie auf sie an und tötet sie dann. Belron kann in die gesammelten Erinnerungen blicken und vielleicht sehen, wie Stral zu einem Kultisten spricht. Was ist die grausame Möglichkeit? Mit diesem magischen Dolch kann man einem Kultisten das Herz aus dem Körper schneiden und es wird auf magische Weise weiterschlagen. Das Herz kann die Leiche eines Kultisten eine Weile wiederbeleben und sie wird uns dann erzählen, was sie wusste. Ja, finde ich nicht schlecht. Aber, naja gut, wir wählen die weniger, äh, ne Moment, das war ja die weniger grausame. Wir wählen die weniger grausame Möglichkeit. Hallo? Hier ist die Kugel. Wendet sie auf lebende Kultisten an und tötet sie danach. Ihre letzten Erinnerungen werden in die Kugel strömen. Ihr werdet das einige Male wiederholen müssen, um ganz sicher zu gehen, dass ihr eine Erinnerung an Stral eingefangen habt. Ja, machen wir doch. Basti, komm mit. Also, das heißt, ich muss erst E drücken oder ich muss die ersten ein bisschen schwächen. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Verstanden habe ich so, dass ich erst E drücken muss, aber man weset ja nicht. Oh ja, das war aber nicht E. Hallo, ich möchte E drücken. Oh, was bist du für ein Pfeifenclown? Wieso kann ich jetzt eigentlich nichts machen? Nein, nein, ach komm, ich habe E gedrückt, du Blödmann. Wieso? Oh, ernsthaft jetzt. Okay, nochmal von vorne. So, den können wir nicht mehr. Nee, nichts umgehen, ich muss dich jetzt töten. So, nein, lass mich noch E hier drücken. Lass mich noch E hier drücken. So, siehste, geht doch. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder hier hochkommen. Moment. Nein, da ging das nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal hier rum. So. Weniger grausame Möglichkeit abgeschlossen. Wo muss ich hin? Hier ist die Kugel. Gut, gut. Und voll mit Erinnerungen, wie ich sehe. Nun lasst uns hoffen, dass einer der Kultisten, denen ihr die Erinnerungen geraubt habt, mit Strahl gesprochen hat. Wenn ja, können wir erfahren, was hier vor sich geht? Was werden die Rituale bewirken? Die Berührung des Herrn der Gewalt wird in uns gebündelt. Überall in den Wäldern werden Reikmannen verwandelt. Ich selbst werde mich der Zeremonie in der zentralen Ruine unterziehen. Achso, müssen wir mit ihr reden. Dann machen wir das doch. Habt ihr herausgefunden, warum der Wurmkult hier ist? Ich werde ihn finden. So. Dann nehmen wir nochmal den gleichen Weg. Der müsste dann ja irgendwo da unten sein. Autsch. Oh, du bist das. Ne, du bist das nicht. Moment, hier oben. Da ist er. Was unternehmen wir dagegen? Wir müssen mehr über diese Dinge in Erfahrung bringen. Die Gaste wiederholen immer wieder den Namen Kalix Dornenzunge. Geht und tötet ihn. Nehmt ihm das Herz und bringt es zu mir. Ihr scheint von Herzen besessen zu sein. Necromantische Energien sammeln sich im Herzen. Es ist der Sitz des Lebens und des Unlebens. Alles, was ich über eine Person wissen muss, kann ich durch ihr Herz erfahren. Ich schätze, ich bin ein wenig besessen. Okay. Kalix Dornenzunge. Wer ist das? Ist der hier? Ja. Sag mir das doch direkt. Das soll dich umbringen. So, ein Herz auf Bestellung kommt sofort. Ich muss auch die anderen Rituale aufhalten. In der Tat. Während ihr dies tut, sammelt ihre Herzen. Ich spüre, dass dieses hier mächtige Magika verströmt. Wenn wir noch weitere haben, dann können wir vielleicht Strahl selbst ein Ende bereiten. Ich gehe wieder ins Lager und forsche weiter. Ich werde die Herzen dorthin bringen, Belron. Na gut. Dann machen wir uns mal auf. Und sammeln mal weitere Herzen. Irgendwo hier ist ein Buch. Da ich jetzt keine Ahnung habe, wo ich da nach suchen muss. Ach, hier. Muss ich die auch umbringen? Das wollte ich eigentlich sagen. So, Berührung der Wurmzunge. Das hört sich irgendwie eklig an. Ähm, da ist das Ritual. Lüchen. So, nicht mein Freund. Das macht mir keinen Schaden. Ähm, wir gehen mal zum Nächsten. Nee, so nicht mein Freund. Ach, kommt, Jungs. Lasst mich doch einfach hier durch. Ausdruck. So. Die haben schon keine Lust mehr. Sehr schön. Ähm, wir müssen können in die Richtung weiter. Nicht, dass ich das jetzt hier auf der Minimap richtig sehe. Aber da hoch. Das ist nicht das, was ich suche. Boah, ich sehe hier nichts. Da ist es doch. Ohrasei, die Grabbohren. Die sieht auch aus, als ob die frisch aus dem Grab kommt. Das stimmt. Moment. Gibt's noch einen schweren Sack? Dann lassen wir uns doch nicht entgehen. Und ja, für findige Beobachter, ich habe mein Reittier gewechselt. Hm. Nee, mit ihm müssen wir nicht sprechen. Damit müssen wir sprechen. Ihr seid zurückgekehrt. Und zwar mit einer Vielzahl tropfender Geschenke. Ausgezeichnet. Hallo? Geht's noch? Penner. Bin mich hier gerade am unterhalten. Ihr seid zurückgekehrt. Und zwar mit einer Vielzahl tropfender Geschenke. Ausgezeichnete Arbeit. Ja, hier sind die Herzen der Grabgeborenen. Ihr habt meinen Dank. Diese von Ranken verworrenen Abscheulichkeiten könnten sich noch als nützlich erweisen. Ihr habt vielleicht die Ruine in der Mitte des Waldes bemerkt. Diesen Schleier von Tod und Dunkelheit. Nichts Lebendes kann ihn durchdringen. Zum Glück können es aber die Toten. Warum ist das ein Glück? Oh, ich dachte, das läge auf der Hand. Wir töten euch sozusagen. Diese Herzen der Grabgeborenen. Ja, wir erfüllen einen Trank mit ihrer Essenz. Etwa so. Trinkt dies. Vertraut mir. Da kann nichts schief gehen. Nun, gut. Ich bin mir ja nicht sicher, dass da nichts schief gehen kann. Runter mit dem Zeug. Und nun? Achso. Ich kann jetzt durch den Schleier treten? Auf jeden Fall. Glaube ich. Ihr seid sehr viel weniger lebendig, als ihr es noch vor einigen Augenblicken wart. Das sollte euch durch den Schleier bringen. Und dann? Am Grunde der Ruine sollte es ein Totem geben, das dem Totenschleier seine Kraft verleiht. Zerstört es. Und der Totenschleier vergeht. Und die Lebenden können die Ruine betreten. Ja, wenn es weiter nichts ist, klappern wir uns hier mal einen zurecht. Moment, da müssen wir aber hier in die Mitte. Ähm, eigentlich auf der Seite. Zack. Zack. Und kaputt machen. Gehen wir. Hi. Ich bin nur ein nettes Skelett. Ich sehe aber wirklich eklig aus. Mit wem kann ich reden? Mit dir. Ohne den Schleier können wir euch ins Innere folgen. Ihr seht an den Seiten ein wenig blass aus. Ich werde mich darum kümmern. Könnt ihr mich im kommenden Kampf magisch unterstützen? Selbstverständlich. Wie konnte ich das nur vergessen? So, haltet still. Bringen wir es hinter uns. Jetzt habe ich aber richtig dolle Kopfschmerzen. Ja, da freut man sich doch drauf kämpfen zu müssen, wenn man Kopfschmerzen hat. Ja, und wir haben 16 Uhr. Vielen Dank dafür, dass ihr uns immer wieder hier die Sachen reinhaut. Ich werde, auch wenn das Ganze jetzt wieder alles so unterbricht, ich werde mal eben schauen. Natürlich gibt es nichts Neues. Ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder für eine Aktion war. Dann gucken wir uns den Rest halt nicht an, wenn ihr das nicht wollt. Hallo, nicht an mir vorbeilaufen. Ja. Ich muss Punkte machen. Jetzt rennen die alle dahin. Wird ihr mich hier veräppeln? Kommt her. So, tötet Stral, Schwarzkehle. Achso, das hier links. Na, kommen noch mehr Gegner, wo ich ein bisschen mit leveln kann. Wobei leveln würde ich ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Also, nicht durch Gegner, meine ich. Oh nein. Boah, wieso nimmt ihr hier kein Schwarz? Ja, hast du. Willst du mich verarschen? Liegt Oberfläche zurückkehren? Er hatte noch 6%. War das jetzt normal oder war der jetzt am Backen? Ich bin mir nicht sicher. Äh. Abgesehen davon, dass er unsere Kumpels hier gerade weggezogen hat, wie sonst was. Hat die mal eben inhaliert und wieder ausgespuckt. Das finde ich nicht nett. Wir sehen uns im Lager. Mhm. Machen wir. So. Ähm. Das sind die Guten, ne? Das heißt, hier sind jetzt gar keine Bösen mehr. Die sind jetzt hier eingefallen. Sozusagen. Ich muss mal schauen. In die Richtung. Ich hätte am besten den Berg hochkommen, das wollte ich sagen. Jetzt müssen wir wieder zu ihr, ne? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass wir es da heil rausschaffen. Dajahel. Belron. Ihr habt tapfer gekämpft. Ich sorge dafür, dass der Centurio der Pakt von Strahls Niederlage erfährt. Dajahel und Belron haben sich geopfert, damit diese Bestie getötet wird. Ihr Opfer wird nicht vergessen werden. Und wir erhalten einen Fertigkeitspunkt und eine zweihändige Axt vom Hexenwerk. Ja. Und die nächste Quest wartet auch bereits auf uns. Aber ich würde sagen, die werden wir jetzt noch nicht annehmen. Sondern, äh, ja. Wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Beziehungsweise wir können uns aber trotzdem schon mal anhören, worum es eigentlich geht, oder? Gut, dass ihr es geschafft habt, Pfeil. Ich werde dafür sorgen, dass Dajahel und Belron in die Rollen-in-Gram-Feste eingehen. Verrückt, wenn man darüber nachdenkt. So viele Leute. Alle nur noch Tinte auf Pergament. Was ist der nächste Schritt, Centurio? Wir müssen die Siedlungen westlich von hier warnen. Ihr habt Strahl und den Raikmannen Einhalt geboten. Aber der Wurmkult ist die deutlich größere Bedrohung. Wo soll ich anfangen? Nimalten. Nein. Dane Fiora ist eine tapfere, kluge Frau. Und sie hat die Mittel, um den Rest der zerklüfteten Hügel zu schützen. Schnappt euch einen Wachmann, wenn ihr dort ankommt. Er wird euch sagen können, wo ihr hinmüsst. Betrachtet es als erledigt, Centurio. Offenbar ist Fiora ein Wirbelwind auf dem Schlachtfeld. Ich habe Geschichten gehört, die ihr nicht glauben würdet. Was werdet ihr jetzt tun, Centurio? Tod, Raikmannen und jetzt die Würmer. Ich muss mich nach meiner Familie erkundigen. Wir haben einen kleinen Bauernhof unten im Süden. Der Vater meiner Frau hat ihn erbaut. Schaut doch einmal kurz dort vorbei, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Sagt ihr, dass ich euch schicke. Sie backt einfach die himmlischsten Süßkringel. Ja, unter diesen Voraussetzungen werde ich natürlich auf jeden Fall mal dort vorbeischauen. Ja, es war doch gut, dass ich nochmal mit ihm gesprochen habe, weil das ja dann wiederum zu dieser Geschichte noch so ein bisschen gehört hat. Deswegen jetzt aber endgültig wird hier erstmal ein kleiner Gatt gemacht. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.